Musik Die Bauarbeiten im Sohle Garten St. Jakob sind im Gradierwerk fast abgeschlossen. Da haben wir im August jetzt eine technische Abnahme und die eigene Sohle läuft jetzt schon und rieselt herunter am Schwarzton und was ein ganz toller Effekt dort ist, da ist es im Innenbereich viel kühler als draußen und durch diese Wasserberieselung, durch die Verdunstung, hat das positive Effekte auf unsere Schleimhäute und auf unsere Atemwege und wir fühlen uns dann einfach wohl. Musik 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 Musik